dieses video hat mich über zwölf stunden arbeit gekostet allein das aufnehmen deshalb würde es mich echt freuen wenn ihr ein like dann lasst ich kann einfach nicht mehr danke leute und wundert euch nicht warum ich so flach bin danke tschüss ich würde sagen wir einfach direkt mal auf den server hallo ich habe ich wüsste mobfarm zu bauen ich schaue mal dazu das geht auf youtube wie baut man eine einfache monster haben in mine und heute bauen wir eine einfache auch irgendwie so ein dinger wie viel man für was warum zeigen die alle nicht wie viel man für was braucht wenn ich versuche meine eigene monster xp farm zu bauen hey wenn das klappt es wird niemals warum aber nicht auf den sandblock bei den sachen brauchen wir also darf man keine kein wasser in die monster fahren machen aber dann zwar noch keine monster leute aus dem stream chat kurze frage soll also ist es richtig dass hier wasser hinkommt oder muss man das weg machen es vorne in spornen monster im wasser kommen ein schlauer muss noch dabei sein ja hier kommt wasser hin alter pomelo und bing danke ehrenmann die schalke box ich habe die schalke box eingesammelt die müssen das sind eine milliarden 3701 creeper ja ich stehe schon jetzt ein mega viele monster ja mega viele monster hilfe meine mobfarm funktioniert außerdem produziert meine mobfarm anscheinend auch kummer so wie es aussieht jetzt 1 2 3 4 5 6 7 layer ja ich glaube ich mache 10 würdet ihr 10 machen was baust du da ich baue einmal zwei reichen sowieso aus wie oft willst du eigentlich noch überstehen möchtest du immer noch die zwölf etagen die möchte ich immer noch warum sollte ich sie nicht mehr möchten weil es dann produktiver ist also siehst du diese zwei rahmen die da sind ja kommen auf jeden fall holz und leute jetzt mache ich den letzten block hin warte ich erst noch gar zu mein letztes essen und warum die mobfarm ist fertig und jetzt gehen wir nach unten digga was was kann kann sich dieses kind bitte mutter mit n bei mir bei mir im youtube video bei mir bei mir im live stream gestern macht es nicht ist überhaupt soweit regelschirm von seit zeitfrage f 하니까 fernst¡tempf Fragezeichen, danke für dein Abo. Ich kann es nicht glauben, dass ich das alles in einem Video mache. Das sind bald jetzt über acht Stunden Videomaterial. Wir müssen das jetzt hier alles einmal rumziehen. Ich muss wahrscheinlich wieder restarten. Ja, ich baue dann halt einfach gleich weiter. Und tschüssi. Nach dem Bau, bitte nach dem Bau, ich glaube auch rein, falls ich überhaupt den Bau noch fertig mache. Ich glaube, das ist das größte Bild auf dem ganzen Server. Also ja, das in dem Fall. Da ist noch eine Schaufel. Hä? Ja? Wo? Die geht aus dem Loch. Ganz oben ist ein Loch. Warum ist das da? Teleportier nicht mal hoch. Hä? Wenn man sich hochteleportiert, solltest du... Keine Ahnung, was er meint. Hält man doch gar nicht ein. Ach, du läufst direkt, oder wie, wenn du dich runterteleportierst? Ich werde einfach weggestoßen, weil ich von der Weg bin. Kannst du mal ein Tutorial machen, wie man Voicemod macht? Ja, kann ich mal machen. Ich habe doch schon eins gemacht. Ja, aber keine Schaufel, die hier ist. Hast du kurz den Eventil? Ne, ich muss es sehen. Ich gucke. Digga. Ich habe eine Axt, aber ich bin zu faul, um rüber zu switchen. Und dann habe ich auch noch den falschen Block. Oh, yay. Hier warte. 3, 4, 5, ja, 5, yay. Schon wieder verspaut, yeah. Perfekte, ja. Perfekte, ja. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin ehrlich geworden, ey. Der Code ist 6227... Ah, 6, 1. Ja, echt cool, dass ihr eine Brawl Stars oder Stumbleguys oder... äh, keine Ahnung, was ihr spielt, Runde... in meinem Livestream machen, wo ich mich ab-a-karre. Ich liebe diese Mob-Form, ich liebe sie einfach. Digga, das habe ich heute gebaut. Wie ich sagen, Leute, bis zum... Mit seinem komischen Schuppel-Schupp. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao. Ich kann nicht mehr. Und die Leute, die das Video sehen, tschüss. Auch euch, bitte lasst ein Like das. Ich bin absolut kaputt. Wijcht. Vielen Dank.